Verschiedene Tigerteile zusammengeschweißt wurde. Er ist wieder zurückgearbeitet worden. Jetzt soll er mit einem Motor ausgestattet und Fahrwagen gemacht werden. Wir wollen sehen, unsere Reisenbahn ist nun wieder zurückgekehrt. So in unserem feldmäßigen Bahnhof, behelfstmäßigen Bahnhof. Es gibt dort eine seitegelagte Rampe. Hier ist die Reisenbahn running. Es ist jetzt sehr gut und da haben wir ein Fahrzeug. Also都renge ich euch. Wir sehen uns im nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR